hier haben wir ja die erste seite von google das nervt mich kolossal weil das ja alles musste alles bestätigen nach werbung ohne ende und so weiter das nervt mich meine nachricht gucke ich sonst wo und da gehe ich jetzt mal rüber und gehe dann mal hier auf einstellungen übrigens benutzt das redmi 12 gehen wir auf einstellungen und hier schreiben wir rein discover mit c ja so und dann seht ihr hier oben schon gleich das erste wenn er das jetzt der regler auf links schiebt und guckt mal nach so jetzt gehen wir wieder rüber jetzt ist es schon verschwunden jetzt kann man da auch gar nicht mehr machen wir es jetzt noch mal umgekehrt um das wieder einzuschalten einstellungen ganz oben auf suchen gehen die sc eingeben discover und dann müsst ihr hier den regler wieder auf einschalten also das ist jetzt hier die smartphone einstellung und da gehen wir wieder zurück und da habt ihr wieder eure werbung also ich finde es nicht gut wenn ihr euch das mal gefragt hat wie man das wegschalten kann dann ist das hier die lösung okay dann wünschen schönen tag weitere tipps und tricks zum smartphone und so weiter auf meinem kanal ciao ciao